Okay, wir dürfen erstmal ein wenig mehr Adlauge hier rum gucken, womit ich genau habe in das Gebiet hier. Vielleicht aber dabei Sif, wäre sehr gut möglich. Okay, bestimmt hier hinter. Mann! Verdammte, geht aufs Scheiß! So, und da haben wir den! Mann, komm! Rauf hier! Ich spreng es auch runter! Und... Okay, ach so, das ist unser Sif! Hab gemeint, ihr müsstet denjenigen da finden und erjagen. Verdammt! Ich glaube, das Symbol heißt, müssen die suchen, also verfolgen und später erledigen. Halt auf das Mörserfeuer auf! Gertroffen, Captain! Okay, wir müssen das Symbol auf jeden Fall entern. Aber dieser verdammt stark! Okay, sehr gut! Wir haben jetzt gerade leider keinen Mörser! Feuer! Feuer! Ja! Ja! Feuer! 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 Oh, verdammt! Feuer! Oh, verdammt! Feuer! Oh, geil! Die Frucht vom Baum! Okay! So haben wir keine Chance, Gidi! Dann dürfen wir Ganti jetzt normal lobbyieren, um die zu triegeln. Alle Segeln, sie verdrängt ab! Segel! Lippe voraus! Ausweichen, Captain! Feuer! Okay, im WDV-Fall jetzt entern. Feuer! 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 So, machen wir ganz normal! Feuer! 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 Nicht als Salzwasser! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! 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 So! Ausweichern! Feuer! 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 Mann, die nehmen ihre Fester, ey! Feuer! 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 Okay, geben wir etwas Gas. Feuer! Feuer! Höchst du hier drinnen! So kann ich das irgendwie tricke werden! Feuer! Feuer! Am Horizont tauchen Salinge auf! Unters britischer Flagge! Da sind spanische Schiffe! Das sind der Schlafkarte ultimately nicht feilen! Verdammt. Okay, dergut. Mal gucken, wann man das zuvielst kann. Na, komm schon. Okay, so stark sind die jetzt nicht. Die haben mich schon fast besiegt. Feuer, Feuer, Feuer. Na, komm schon. Laden noch nah. Feuer. Nein, nein. Feuer, Feuer. Halt auf, Keck. Okay, wir haben die noch fast besiegt. So stark sind die ja nicht. Wir müssen noch etwas aufpassen. Da werde ich nicht so viel auf die Lade bekommen. Edward, am Horizont haufen Saarlänge auf. Unter britischer Flagge. Das sind sparische Schiffe. Ach, wenn der Schlagzeug in dem Weg vereint. Okay, dann mal so. Jawoll. Erwachsene Fehler. Wir sind bei uns, Sir. Ja, ja. Feuer. Haben Treffe eingesteckt. Feuer. Na, komm schon. Feuer. Feuer. Das wird sie versenken. So gut wie fertig. Feuer. Da ist ihre Schwachstelle. Ein Fahrer meint von Peck. Dann sind sie der Weg zu arbeiten, oder? Okay, noch ein wenig. Dann haben wir mich so fast. Feuer. Das hat mein Verwalten eingebüßt. Aber es hält noch. Feuer. 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 Verdammt mir, habe ich so wieder nicht gewonnen. Das wird mir die ganze Zeit normal versuchen. Wer die Kurs mal markieren. Okay, die gehen auf vor uns. Auf deinem Zeichen, Käpt'n. Feuer. Ja. Arbeiten dran, Sir. So, jetzt sind wir die Seite. Feuer. Bereit für Feuer, Käpt'n. Entschuldigen. Feuer. 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 Okay, immer so vorhin da nehmen. Ja, sauber. Feuer. Feuer. So, jetzt näher ran. Feuer. 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 Okay, normaler Ganze. Wir haben hier Schleif besiegt. Feuer. Feuer. Nein, in der Treffer könnten sie lahmlegt. Feuer. Wollen wir ihn versegten, Käpt'n? Wir hätten eine gute Chance. Nein. Sie hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst davon. An die Kanonen. Noch hier, was er für euch im Anmaß. Hawk'n. Wir fahren auf den West. Mit Feuer, ne? Sie pissen dich an. Feindliches Feuer. Ja. Okay. Wir können nicht von dieser Seite aus entern. Gegner Feuer. Die müssen auf die andere Seite. Okay, wir räumen dir erstmal aus dem Weg. Gut, die werden wir jetzt mal holen. Na komm jetzt. Okay, die andere Schiffe haben uns leider daran behindert, den jetzt zu entern. Dann werden wir ganz auf jeden Fall jetzt zentrieren. Okay, sehr schön. So, sind wir hinten? Nein, bestimmt nicht. Feuer! Feuer! Man, nochmal, kommt schon. Feuer! Feuer! Gut, so nah und sofort von Seite. Auf jeden Fall keine gute Idee. Na komm weiter so So, er ist von die Seite. Okay, weiter so. Okay, wir haben die auch fast. Mann, war sie nicht stark. Feuer! Die kriegen Verstärkung, Käpt'n! Oh, verdammt. Dann drehen wir erstmal. Okay, erstmal den Mösel ausweißen. Okay, jetzt weiter. Gut, das zweite Mal, wo wir die besiegt haben, wäre auf jeden Fall am besten gewesen. Wir hatten nur so leise wenig Energie gehabt, für dies zu entern. Dann weiter. Und jetzt. Okay, jetzt sind wir hinternehmen, mal wieder. Okay, ich glaube ich aber nicht. Okay, es ist schon gemeint, dann werden wir die jetzt fertig machen. Feuer! Jetzt ist der Schell! Feuer! Bereit zu feuern, Käpt'n! So, Kurs, wenden. Alle Segel, Bewegung! Ein guter Pirat weiß, wann er fliehen muss, Edward. So, Kurs, halbsegel. Jetzt werde ich mir die fertig machen. So, jetzt zünder auf die. Feuer! Feuer! Ja! Wir haben ein paar Jahre! Feuer! Sollen wir ihn versenken, Käpt'n? Wir hätten eine gute Chance. Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst dann kommen. Halt die Kanone! Noch mehr Pusser für euch im Anmarkt! Wir haben eine Perfektion! So, komm schon. Alle außer Großverden! Feindliches Feuer! Rotsegel, rechts! Rammsegel, auf, Gein! Okay, jetzt schon langsam. Rotsegel, wie er kann! Stubb, rein in den Blut! Hände, hakt los! Rahn an die Beute! Okay, jetzt werde ich mit die Äntern. So, auf die Richtung. So, warten wir mal. Hey, Jupiter, etwa Kenways. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Höge der Bessere von uns, den Streitfärsten besichern! Okay. Müsst mal höher kommen, ne? Okay, ich werde mit der W-Fall erledigen. Und yeah! Ein frohes und kurzes Leben, wie vers- Wie versprochen! Wie gut ich mich doch kenne! Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stolter. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie, von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die, die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann! Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere Formen. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer? Wenn sie mich kriegen... Ich bin bei Milut ist, ich habe den Fall. Ich habe doch... Ich bin bei Kan Etten. Komm. Ich bin bei Clos. Upp-Kil 5. Einmal gleich, 2x. Saving jouer whoops, 3x. gefällt natürlich ganz gut können ja bewerte mit drei sterne so mal sehen wo es jetzt hingeht ja 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 ja